Ja, beim Bauhaus hier wird noch gearbeitet. Wir räumen den Schub aus diesem Raum. Wir müssen weiter arbeiten können. Zitzen wirr. Wir machen einen Fluss mit einem Baum. Auch über die Räume. Ge Movies. In der Schub von der Schub noch ein. Und nachdem einen Blatt in die Schub des Schub des Schub des Schub. Vielen Dank.